zuletzt blick auf die 2 mit dem scheidel und seitdem die da ist alles hier zu einer art routine von kampfpatrouillen geworden wir haben aufgrund der deutschschaft schützen die sich an höher gelegenen orten wie kirchtürmen und gedreht sie das versteckt viele männer verloren daher haben wir auch die noch wie wir auch die neue wenn auch inoffizielle anweisung einfach jedes höhere gebäude sofort zu sprengen das battalion möchte dass ein trupp ein Dorf nördlich von hier unten die Lupe unter der Lupe ganz ehrlich mein deutschlehrer wird mich hassen und die Lupe nimmt und genau dorthin machen wir uns jetzt auf den Weg okay dann das ist mal irgendjemand Prozent hier Ding Gebäude sprengen rechnen mindestens zwei Mann und ein paar MG 42 was ist der Platz Arsch ich brauche ein paar Booten mit Sperrfeuer Kassia Hawkins ab nach links mit Rossetti und die für Deckung die Deutschen vom Hals die Döte Tüte 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 wenn die haben lassen die kiel die Züge der perfekten scheint da lang das ist breiton mccowski du kannst nix ich will nicht an sie mg wenn ihr da und der erste und der zweite ach du kacke ich hasse es hier zu snipen weil das ist gar nicht was zur linken ach du kacke da hier hinter dem der toten Kuh oder was er immer das ist mh jetzt haben sie die Munition vergesst die trotteln und dann irgendwie haben sie sich bisschen beleidigt ich muss jetzt hier erst mal vor schützt euch mal eine runde julus weg und so ja wo sind die die ok jetzt ok sichern wir das gebäude mit einer pistole und die anderen haben mps 4 auch nur das ist was es auch geil aussieht ich hätte einfach gemeint das wäre so eine blaue kurze ok gehen wir erstmal da lang ganz ruhig vorgehen youtube geht erstmal da hoch ok da ist keine mehr dann gehen wir wieder runter ja wohl ok da müsste alles frei sein ok da hinten müssen ich will doch nur das benzin was boah fuck you komm verpisst dich ich rück da jetzt einmal vor und was soll es ab dem muss ne neuer MP40 besser als so ne gammelige Pistole allemal und jetzt habe ich erstmal meine Granate gegen die Wand geworfen klasse boah boah um Epilepsien ja wir lassen natürlich die Deutschen am Leben ist klar weil wir das immer so machen du glaubst eine scheiße das kommt einfach mal hier mit der Rückseite ok das ja komm geht drauf boah ja geht doch sind ja noch irgendwo welche oben oder wie geht es ja überhaupt hoch weil da hier ein Punkt ist den wir mal einnehmen müssen vielleicht da oben war so klar und jetzt da war doch jemand so boah 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 das gibt's doch nicht ja und dann stimmt er wenn ich ihm irgendwie noch die Gewährkeule in die Fresse haue ist klar YouTube wo ist ein Scharfschütze und wo ist welches Haus nicht mit mir nicht mit xx quickscope snipe xx war doch nicht gerade jemand da der sitzt ich fang hier nicht quickscope snipe xx war 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 mit klickt sich lasst mich dass mich auf lauf vorkommen durch der besterster war so klar Scheiße. Scheiße, verdammt. Mann, Mann, Mann. Okay, ich gehe auf hier Quickscope, Snipe, XX. Warum schießt ihr denn auf mich? Geht's mal da hoch. Kann ich da? Geil. Was? Die können, kann ich auch. Oder auch nicht. Weil... Er braucht Hilfe. Er wurde gebraucht. Ja, 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 ja. Vorsicht, keine Art. Du kannst mich mal. Wow. Ja, auf auf mich zu schießen. Auf auf mich zu schießen. Boah, die vier sind da bitte noch drinnen. So. So, es ist wenigstens das Spiel gespeichert. So, ich musste schnell die Lampe ausmachen neben meinem Zimmer. Wo sie hier, die an meinem Schreibtisch steht, weil es mich einfach geblendet hat. Wie Arsch. Und das ist scheiße. Weil ich jetzt irgendwie ins Dunkle ist nicht sie durchgegangen bin. Naja, wir... Ich gehe jetzt erstmal damit. Komm, was soll's. Ja, ja, ich... Ich laufe einfach. Puff! Puff! Oh, nee. Okay, falsch. Wahrscheinlich ist es... Äh, falsch, Jibbi. Okay, hier, Kim. Komm. Quickscope-Snipe-XX. Haben ihn fest genagelt. Okay. Ich mache jetzt erstmal hier den Haufwand, wie sie einfach wollten, hier. Warten. Warten. Okay. Boah, 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 boah. Wo steht der? Mungo, da. Komm. Boah. Boah. Okay, ah, das gibt's nicht, man. Es tut mir so leid, YouTube. Warum muss ich ausgerechnet da... Na, na. Komm, der Quickscope-Snipe-XX. Kannst du nicht da raus? Hä? Irgendwie glaubt. Was ich gerade in der Tür? Jaja, komm, nee. Näh. So. Jetzt erstmal fett konzentrieten hier. Geht's jetzt mal hoch. Boah, boah. So. Boah, nee. Oh. Oh, wo, wo, wo? Okay, anscheinend... Oh, keiner mehr. Okay, wo sind da welche? Ja, ausgesichert, perfekt. So, dann muss ich zu zieh, quasi. Ach, du guck. Oh, 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 sorry. Oh nein, fuck. Das wollte ich jetzt nicht. Boah, nee. Ich bin nicht... Äh. Äh. H0. Boah, nee. Überall rum. Die Philipsie müssen die Deutschen. Das geht gar nicht, finde ich. Boah, ja. Boah. Fuck you. kommt 15 deutsche weil wir hier so viel passen doch gar nicht in das haus hier aber so klar ich habe auch keine lasst mich lasst mich vor wie perfekt perfekt da stirbst du bitte mal Perfekt. So, jetzt wieder runter und schauen... Okay, fettes MG da vorne. Schauen wir, dass sie hier fett... ...snipe-XX machen können. Hier, BÄM. Ich liebe diese exklusiven Fässer. Brauchen wir das? Dann kannst du mir mal du. Ach, mir war alles brennt. Dann lass nicht da rein. Ja, 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 Bobby! Das gibt's doch nicht, dann sterb ich an einem Typ, der bekommt... ...haut! Der hauen will! Bah! Boah, ist doch scheiße! Komm, den hol' ich mir jetzt, den hol' ich mir! Nee! Das lass' ich! Boah, boah, boah! Ja, mach' ich eh immer! Ja, jetzt komm' hier! Boah, ne, wo? Oh, von wo? Okay. Boah! Boah, bin ich jetzt erschrocken! Oh! Ich bin gespeichert! Geil! Komm, musst du noch... Ja! Ah, hausgesichert! Oh! So, perfekt! Zwei Gebäude noch, komm! Na lass mich doch! Oh, wir haben B vergessen! Ich nehm' jetzt erstmal B ein! Können ja die machen, was sie wollen! Ich geh' jetzt hoch zu B! Wie wär's, wenn's ihm ja einfach helft's! Das Dingens da einzunehmen! Wär echt sozial! Stark von euch! Alle Leerschei, B! 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 Ist da oben noch irgendwo welche? Ne. Und hier? Irgendwo? Ist doch... Ah ok. Nicht nur noch das deutsche Feld HQ. Achte. Na ja, fuck you. Wohin das? Meier in Deckung. Wo, 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 weg. Ach du Scheiße. Kann ja ja Spaß werden. So, ho. Boah. Jetzt gibt mir das Haus. Deutsche! Oben! Im ersten Stock! Achtung! Achtung! Das gibt's doch nicht! Aber die gehen einfach nicht down. Die Deutschen! Auf der anderen Seite der flachen Mauer! Feuer! Oh, ist das überhaupt das Haus? Besser. Boah, boah, lass mich, lass mich! Komm, soll der drauf gehen. Nicht schon wieder ich. Boah! Hauptsache, sie schießen nicht. Ja! Oh! Oh, du armer Deutscher! Ja, löse dich von den Bösen! Ich sehe doch niemand. Oh, was soll's? Komm, gib mir Rauch! Wie war ja alle Granaten? Der Leben werfe. Gettoblaster! Gettoblaster hier! Warum sind da oben auch nicht so... Wach, du Scheiße! Das gibt's doch nicht! Was soll ich denn da bitte machen? Boah, nee, nicht schon wieder. Geh, 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 geh. Geh, 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 geh. Wie, ja genau, wie wär's wenn sie mal... mir eventuell helfen würde... Näh, näh! Näh, näh! Näh, näh. Näh, 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 lass mich. Meine Presse, wovodiviii! ODIZI Okay. 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 Okay, der geht zu mir. Perfekt. Jippie. Komm zu. Ja, ne. Ja, ne. Ne. So, das endlich kommt. Ho, ho, ho. Auf der linken Seite. Auf der linken Seite. Ja. Ho. Endlich. Endlich. Diese scheiß Mongorathäuser Postimpter. Scheiße. Hier. Fuck. Äh. Bitte. Okay. Womenschen. Bin ich jetzt endlich fertig? Was? Wie? Okay. Es kommt keine Triumphierende Musik. Ich hab Angst zu. So, klar. Ja, ja. Komm, fuck you. Komm. Ich muss natürlich wieder... Sind eigentlich die anderen jetzt? Äh. Geh sie bitte. So. Ach du Scheiße. Das kann ja was werden. Hm. Ja, wo bisch denn du? Komm, gib mir das. Oh, was ist das? Tiefe in RK 98 kurz. Hm. Was ist jetzt so? Na super. Wo. Ich seh keinen. Wo. Ich seh keinen, verdammt. Äh. Da hinten irgendwo. Okay. 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 Was muss ich überhaupt machen? Ja, nirgends die Mercer-Teams. Ah, okay. Die Mercer-Teams. Wo sind die über 8 blinken dann quasi auf. Mit Respekt, Sir. Ich glaube nicht, dass wir eine durchhalten. Äh, höh. Ganz ruhig noch mal. Verteidigen Sie die Stadt, bis sie abgelöst werden. So. Bin auch gleich. Da hinten. Da hinten ist doch Asi. Hier da auch? Ne. Hier laufen du dumm. Ja, 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 komm. Du schießt da. Boah. Ne. Du schießt jetzt hin. Da hinten. Komm. Gib mir wo, wo, wo. Da. Du kannst mich mal. Nachladen. Überall hier sind. Punkte. Okay, da hinten wieder. Da. Ja, du kannst mir. Was? Ja, du kannst mir. Ja, du kannst mir. Wenn nichts war. Hauptsache, er macht mal gar nichts mehr da. Da andere dreht sich um und schießt ihn weg, aber der andere macht man selber gar nichts. Boah. Boah. Boah nee. Jetzt läuft jetzt. Wo? 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 Da. Da. Da irgendwo. Wo ich seh das nicht. Ne. Ach da. Okay. So und jetzt da noch eins. Der noch nimm. Eine Minute. Der Double Kill. Irgendwo hier. Komm keep me. Äh. Sind jetzt tot? Ja. Denk schon. Hoffen wir. Na. Was geht? Wie viel geht denn da bitte noch hin? Ja. Echter Winterfall. Okay ne. Ich probier's gar nicht erst. So. Und. Ja ja. Ja. Oh. Wo ist denn Osten? Nie. Geil. Ohne. Ist da hinten. Ach hier. Geil. Geil. Zum Geil. Da laufen sie. Nein. Ich will den noch. Komm. Ich bin hier von mir. Ich bin hier von mir. Wie ich fall jetzt da runter. Geh. Oh. Aha. Ich klette in dem durch. War ich da runter? Nee. Okay. Das hat jetzt noch sein müssen. Die sind einfach überall wieder rausgekrochen. Maureader. Schönen Ponzer. Gut so ihr Männer. Alle Sektoren sichern. Wir treffen uns in einer Stunde hier. Wegtreten. Okay. Alles klar. Leider keine epische Musik. Oh. Ist das ein langer Text. Okay. Das Charakteristikum des wahren Heldentums ist die Beständigkeit. Alle Menschen besitzen Grundzüge von Edelmut. Doch wenn du nicht entschlossen hast großes Zufall bringt. Bleib dir treu und versuch nicht dich mit der Welt abzufinden. Der Held kann nicht der Normalbürger sein und auch der Normalbürger nicht der Held. Ralf Waldo Emerson. Mit diesem langen Satz abschede ich mich. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.